Herzlich Willkommen zur Konferenz Bildung und Digitalisierung 2021 für Schule in der digitalen Welt. Was sind denn so eure Wünsche an die Zukunft? Dass man die Mittel hat zum Lernen. Schule als Lebensort. Erstmal diesen analogen Raum irgendwie in den digitalen zu verlegen. Und noch nie haben so viele Schülerinnen und Schüler so häufig mit digitalen Medien und Werkzeugen gelernt wie in den vergangenen Monaten. Dabei sind wir auf ganz unterschiedliche Probleme der Schüler getreten. In Deutschland ist es Glückssache, ob ein Schüler, eine Schülerin, einen guten Lehrer, eine gute Lehrerin hat. Es geht voran mit den Investitionen. Die Beziehung zu verändern, die der Lernende zu seinem Umfeld hat. Auch diese Relevanz. Sind die Technologien wichtig oder ist das Lernen und die Art und Weise, wie wir miteinander leben wollen auch in einer Gesellschaft? Ist das nicht vielleicht auch das Relevante? Dazu brauchen wir auch ein modernes Bildungssystem.